Hallo zusammen, weiter geht es hier in der Empfängerliga bei Grand Tourismus Sport mit dem Käfer und Samba-Bus-Festival Rennen 2 Blue Moon Bay Speedway in den A Dann mal wieder den Samba-Bus Weiter fährt mir jetzt kein Text ein, deswegen lasse ich das wieder mit dem Sehen So, kurz nochmal zu den Einstellungen des Samba-Busse Ja, wie beim ersten Rennen wird nichts geändert Der war sowieso schon viel zu schnell für die Gegner So, und ich freue mich schon wieder auf den Hochgeschwindigkeits-Bausch Auf dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke Boah Das ist echt viel zu schnell für mich Hm So, sehr schön Und dann mal voll in die Kosser Juuuuh Na voll in die Kosser Ich habe ihn geschubst Das war nicht nett von mir Ich habe ihn geschubst Ich habe ihn geschubst Ich habe ihn geschubst Ja, gut Naja So, mit 107 Sachen ziehe ich da vorbei Wie so ne Boah Wahnsinn So, was eigentlich nur drei rum? Nein, auf 123 Sachen kommen wir hier. Wooh! Dasuet Cashmereien Da so Kuschel Es ist Damm so und eine 2 gleich geschafft wo wir gleich hier relativ ist also noch eine halbe Minute so circa also mir kommt so eine Runde hier ich bin ein bisschen wie die Ewigkeit vor zwei Minuten ich bin ein bisschen 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 so 15.750 Credits mit fehlerfrei Bonus 400 Mein und 3x75 Erfangspunkte so dann viel Spaß in der Wiederholung zumindest mal bis dann ich bin ein bisschen 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 wir sind es dann beim nächsten mit diesem super schnellen Spritz bis dahin vielen Dank für's Schauen und bis dann Vielen Dank.